Was soll ich sagen, Leute? Also, wir planen demnächst einen Roadtrip nach Hamburg. Wer also Lust hat, kann uns da auch gerne antreffen. Wir wollen uns die Davidwache zum Beispiel anschauen. Ist ja sehr bekannt, sehr beliebt. Zumindest von außen. Auch mal die große Freiheit am Tage. Und wir wollen uns da einfach mal ein bisschen was anschauen. Und wenn wir schon mal da sind. Und ob wir dann zum Dings noch rumtüdeln, zur Elbphilharmonie, das weiß ich noch nicht. Aber wird man dann sehen. Den Michel würde ich auch gerne sehen. Ich hoffe, dass wir das irgendwie alles fußläufig erreichen können. Wenn wir das Auto da irgendwie erstmal abgestellt haben. Das ist immer so eine Sache. Und vor allem möglichst günstig abgestellt haben. Und ja, müssen wir schauen. Also, wisst ihr Bescheid. Bleibt mir wohl gesonnen. Und bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise, wenn es denn losgeht. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.